Ich bin der Präsident. Guten Tag, ich grüße Sie. Ich bin der Präsident. Schöne Grüße aus Bellevue. Ich bin der Präsident. Ich winke vom Balkon. Da ist ja auch mein Heli. Mit dem fliege ich gleich davon. Da, 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 der Präsident. Ich fahre mit Eskorte. Ich werde heute Reden halten. Ich hab die Macht der warmen Worte. Ich bin der Präsident. In meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen. Und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle da. Tralalalala. Ich freue mich, dass ich auf diesem Richtfest bin. Und der Himmel ist so blau. Ich grüße alle Herzpatienten. In Vertretung meiner Frau. Ja, sind denn keine Afrikaner da? Meine Damen und Herren, liebe Neger. Wo ist denn Häuptling Wumbaba? Das ist ein toller Kollege. Ich muss doch jetzt hier diesen Fähre taufen. Wo ist denn hier die Fähre? Ich bin der Schirmherr dieses Krötentunnels. Es ist mir eine Ehre. Jetzt kommt ein Grußwort für Hartz-IV-Empfänger. Ihr Schicksal trifft mich auch persönlich. Sie halten sich für überflüssig. Es geht mir da ganz ähnlich. Manchmal, da fliege ich in meinem Heli. Und dann schaue ich runter auf unser friedliches Land. Und dann freue ich mich so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich bin der Präsident. Ich bin der Präsident. Es muss ein Ruckdeutsch alle gehen. Ich bin der Präsident. Ich mische mich auch ein. Ihr seid alles faules Säcke. Ihr solltet fleißiger sein. Ich muss doch jetzt hier noch die schnuckelige Fähre taufen. Das geht schneller als man denkt. Ich werf die Flasche auf die Fähre. Und das Ding ist versenkt. Ich bin der Präsident. Ich bin der goldene Reiter. Ich taufe alle Fähren dieser Welt. Ich taufe immer weiter. Manchmal, da fliege ich in meinem Heli. Und dann schaue ich runter und denke, gutes Getreide. Und dann freue ich mich so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Ich freue mich ja so, dass die Jugend wieder forscht. Sie forscht. Sie forscht. 4.30 war ausgemacht. Richtig. Laut. Ich habe es Ihnen gesagt. 4.30. 4, 30 Laut Beipackzettel wird er jetzt müde Ich bin der Präsident Das war ein Tag in meinem Leben Ich bin extrem erschöpft Ich habe alles gegeben Ich mach jetzt Bubu Vor Gott sind alle gleich Ich brauche nur 4 Stunden Schlaf Und die schlafe ich für euch Ich bin der Präsident So ja, bitte Ja, bitte Ich habe es wieder Ja, bitte